Heute gibt es den Toilet-Frank. Wir waren richtig hemmungslos unterwegs und wie ihr seht, ist die Kamera extrem gut versteckt. Ich würde mal sagen, viel Spaß mit dem Video. Ah, das ist schon mal. Nein! Oh, was ist das? Nein! Oh! Oh, ich komme! Hey! Baby, warum sagst du mir das? Deine Tage hast? Was soll ich damit machen? Ihr scheiß ***! Ey, sorry man, das ist einfach rüber geflutscht. Sorry, sorry. Ey! Oh, oh, chill, chill, chill. Chill, chill, chill. Ey, das ist kein echtes Buch. Chill, chill, chill. Mach die Tür auf! Ja, ruhig dich, ich mach die Tür auf. Junge, chill, chill. Ich wollte das Schall. Hey! Hey, komm raus! Hast du deine Schwester im Weg? Hey, komm raus! Hey, komm raus! Hey! Ich gebe dir 30 Punkte Zeit. Eins, zwei, drei... Hey! 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 Hey, Jan, was ist los? Du hast 20 Sekunden Zeit, sonst geht hier alles hoch. Ja? Ja? Was ist denn? Ja, Moment, Moment. Hallo? Bitte? Was ist denn da los? Oben war eine Beschwerde mit Bongo drum oder sowas. Was macht ihr da? Wo ist dein Punkt? Ich bin alleine, ich war auf dem Klo. Nicht so, Omo hat gesagt, da sind zwei Leute runtergegangen. Wo ist der Zweite? Hallo? Was ist denn los, was ist denn passiert? Da sind Beschwerde? Hallo? Hallo? Aber rauskommen, aber sofort? Ja. Was ist denn das? Ja, das ist ja das. Das war ein kleiner Scherz, wirklich ein kleiner Scherz. Aber hallo? Wo versteckt die Kamera? Das war... Das ist egal. Ey, was ist das da oben? Ja. Aber hier, aber na hallo, sofort abmachen. Da ist nichts drin, wie gesagt. Das war echt ein kleiner Scherz. Wie ging das zur Polizei? Wieso Polizei? Nein. Das war noch... Das war noch... Das war noch mit verschreckter Kamera, Mann. Hast du gehört? Hallo? Ey, das war nur ein Prank, Mann. Das war mit versteckter Kamera. Hallo? Ey. Hallo? Ey, Dennis, komm mal raus. Mach die Kamera aus. Ja? Ja, mach aus. Das war mit versteckter Kamera, aber das sollte ein kleiner Prank sein. Ey, ich will das mal sehen, Mann. Nein, warte mal, warte mal, warte mal. Lass mich mal ausreden. Auf jeden Fall wäre das für dich okay, wenn wir das mit einbeziehen in irgendeinem Video. Ey, von uns, ihr habt doch einen Schatten, ey. Ich hab Sack bei euch. Ja gut, wir müssen einfach fragen, weil... Ey, ey, ey. Ey. Sorry, Mann. Wirklich, ey. Ja, okay. Wanna-and-and-and-a- pierwsze mehr, Programs? Bis zuerst. WI- Mark of's. Ja, warte mal. Ich komm 18 mars um zwei Ab Porrikan und das Warte. Und das ist mir zusammen das Essen können. Ich bin Whole- und meine Schl89-Fahr.